Hallo, ich bin's wieder, Gaby Fastner. Herzlich willkommen zu sieben aktive Tage für jung gebliebene Senioren. Natürlich kannst du auch mitmachen, wenn du nicht im Seniorenalter bist. Wir werden alles trainieren, den ganzen Körper natürlich, aber auch unser Gehirn. Und ganz wichtig, um jung zu bleiben, vor allem unser Gehirn auch jung zu halten, ist es, neue Dinge zu tun. Immer wieder neue Dinge probieren, ausprobieren, sich zutrauen. Wenn was nicht ganz so klappt, dann ist das ja nicht so schlimm. Wir sollten auf alle Fälle immer wieder verschiedene Dinge ausprobieren. Vielleicht mal zum Beispiel nicht immer denselben Weg spazieren gehen, sondern einfach mal den Weg anders herum gehen oder einen kleinen Abstecher noch irgendwo anders hin machen. Also neue Dinge, die halten uns jung. Und deswegen lass dich jetzt einfach mal auf die Sachen ein, die wir gleich machen. Und wie gesagt, nie ärgern, wenn was nicht klappt. Wenn es nicht klappt, werden neue Synapsen gebildet zwischen unseren Gehirnzellen. Also wir, das kann man sich vorstellen wie holprige Landstraßen, die wir, wenn wir öfters fahren, zu Autobahnen ausbauen. Und wenn diese Landstraßen, also diese Synapsen zwischen unseren Gehirnzellen Autobahnen sind, dann können wir schneller reagieren. Dann kann diese Zusammenarbeit unserer Gehirnzellen viel schneller passieren und die schicken dann Informationen zur Muskulatur. So werden wir reaktionsschnell und bleiben jung. Also einfach mitmachen. Wir werden heute alles Mögliche machen. Aber wir beginnen jetzt erstmal im Stehen, ganz ruhig. Richte dich auf, atme ein paar Mal tief, ein und aus. Ganz wichtig natürlich, richte dich auf. Aktiviere gleich deine Körpermitte, indem du den Bauchnabel ganz sanft nach innen ziehst. Schüttel dich ruhig so ein bisschen aus. Das macht dich auch vital und frisch. Denn wenn wir uns schütteln und rütteln, dann aktivieren wir unsere Rezeptoren innerhalb der Faszien. Also wir werden uns jetzt sieben Tage lang bewegen. Also ich hoffe, du bist dabei. Vielleicht lässt du auch noch jemanden ein mitzumachen. Und diese Workouts dauern immer so circa 25 Minuten, dass du dir ungefähr dein Zeitfenster einrichten kannst. So, dann bleibst du stehen. Vielleicht hast du schon so ein leichtes Spitzeln in deinen Händen. Und jetzt nimmst du deinen rechten Arm. Ich mache es spiegelverkehrt mit dir. Nach oben. Du schnippst oben, unten, oben, unten. Also probieren wir es mal. Einfach mal rauf, runter, rauf, runter. Wenn das klappt, dann ist das schon mal super. Dann werden wir schon mal Dopamin ausgeschüttet. Wir sind froh darüber, dass es funktioniert. Ganz wichtig, Glückshormone. Sehr gut. Wenn das gut klappt, nimmst du jetzt Stopp die linke Hand und du schnippst unten, du schnippst oben, du schnippst seitlich und unten. Also du machst ein Dreieck. Mach ruhig erst mal langsam. Und nicht zu viel nachdenken, auch nachher. Und wenn wir Fehler machen, vielleicht mache ich auch einen Fehler, dann macht es nichts. Und? Also denkt ihr immer dieses Dreieck. Stopp. Langsam. Beide gleichzeitig. Also der ist unten, oben, unten, oben. Der ist unten, oben. Seite, unten. Tief durchatmen. Wir beginnen unten. Unten, oben, Seite, unten. Oben, Seite, unten. Mach nur weiter. Nicht zu viel nachdenken. Konzentrier dich rück auf eine Seite erst mal. Und die andere, die macht einfach mit, oder? Atmest du? Denk an nichts anderes, nur an deine Hände. Und du wirst merken, je öfters, umso leichter wird das auch. Pause. Sehr gut. Das war natürlich nicht alles. Was machen wir jetzt? Genau, jetzt beginnen wir mit der Seite. Unten, oben. Unten, oben. Und? Glückshormone werden ausgeschüttet. Wir freuen uns. Wir wissen aber schon, was kommt. Stopp. Unten, unser Dreieck. Oben, Seite, unten. Schon ganz angespannt, weil wir wissen, was kommt. Und es kann jetzt auch sein, dass eine Seite viel einfacher geht, wie die andere. Klar. Und wenn dir das schon reicht, dann bleibst du bei dem. Wenn du merkst, es fällt dir schwer, dann noch nicht mehr dazu nehmen. Unsere Schultern werden auch warm, also jetzt mal langsam, beide. Unten, oben. Unten. Langsam. 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 Also, die Seite fällt mir definitiv schwerer. Du kannst in dem Tempo bleiben, wenn du möchtest. Muss ja nicht schneller werden. Oder du wirst so ein bisschen schneller. Oder du wirst so ein bisschen schneller. Atmen. Und Stopp. Geschafft. Super. Sehr, sehr gut. Einmal kurz auslockern. Entspannen. Einen großen Schritt zur Seite machen. Und deine Arme nach rechts und links schwingen lassen. Eine große Acht. Vielleicht merkst du, dass du jetzt schon wacher bist. Das Gehirn aufgeweckt wurde. So schwere koordinative Sachen. Immer am Anfang. Also nie, wenn du irgendwie Sport gemacht hast, danach noch machen. Sondern immer, wenn du noch frisch bist. Mit der Bewegung haben wir auch schon beide Gehirnhälften dabei. Weil wir über die Mitte kreuzen. Und das wirklich locker. Schulter, Gelenke, Schulter, Gürtel. Immer nur deinen rechten Arm schwingen um deinen Körper. Große Grätsche. Und noch einmal beide. Und dann kommst du gleich in die Bewegung. Und verlagerst. Tippst außen auf. Und verlagerst. Ganz entspannt. Von der einen zur anderen Seite. Deine Fußgelenke mitnehmen. Mitbewegen. Und die Arme ausschwingen lassen. Auslockern. Nimm deine Ferse hinten hoch. Gleich etwas Balance suchen. Und versuche jetzt, wenn deine rechte Ferse kommt, mit deiner linken Hand zur Ferse zu fassen. Und umgekehrt. Einfach in die Richtung. Natürlich auch wieder unser Gehirn. Wir kreuzen. Körperhälften. Sehr gut. Wenn das gut klappt, ist doch perfekt. Dann löst du jetzt. Tippst einmal noch auf. Und nimmst einmal rechte Hand, linke Hand. Überkreuzt auf deine Schulter. Tippen. 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 Mach nur weiter. Ich zeige dir mal was. Du bleibst bei der Bewegung. Und ich versuche dann, die Arme nach hinten zu kreuzen. Vier. Drei. Zwei. Nochmal vorne. Und tippen. 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 Und hinter. Probier es. Hinter. 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 Nach vorne. Schulter. Hinter. Noch mal. Vorne. Hinter. Und vorne. Auch hier wieder atmen. Hinter. Hinter. Ein letztes Mal noch. Vorne. Hinter. Und nochmal tippen. Locker lassen. kleiner werden. Auslockern. Vorne. Fußspitze. Fußgelenke bewegen. Ist auch wichtig, dass die beweglich bleiben. Und dann tippst du mit der Ferse. Ganz bewusst und immer in deinem Tempo. Fußspitze ranziehen. Und die Ferse tippt nach vorne. Noch mal. Die Fußspitze. Vor. Ferse. Fußspitze. Da bleiben. Und dann kommen die Knie etwas höher. Hoch. Wichtig ist nicht, dass die sehr hoch gehen. Wichtig ist, dass du gerade bleiben kannst. Also bitte nicht den Rücken mitbewegen. Sondern aufrichten. Vielleicht ist es auch nur ein kleines Stück. Wenn du dir unsicher bist. Wenn das Bein so weit oben ist. Tippe ruhig. So wie es für dich geht. Groß werden. Wachsen. Die Arme zur Seite. Schultern sind ganz tief. Halte jetzt rechts oben. Stopp. Du kannst dich auch irgendwo festhalten, wenn du möchtest. Jetzt geht das Bein nämlich tief und zur Seite. Gerade bleiben. Wenn es hier zu wackelig ist. Schnapp dir vielleicht einen Stuhl. Komm nochmal hoch. Knie anziehen. Und Seite hoch. Becken stabil. Nochmal. Kann wackelig sein. Versuche dein Fußgelenk immer noch zu bewegen. Strecken. Ferse. Atmen. Noch einmal. Und abstellen. Kurz lösen. Bestimmt auch dein Standbein gespürt. Und dann tippe jetzt ganz locker die Fußspitze vorne auf. Knie höher ziehen. Hoch. Aufrichten. Arme zur Seite. Schultern tief. Halte links oben. Stopp. Und jetzt komm runter. Seite. Becken wieder stabil. Bauch fest. Fuß lang. Seite. Standknie ist ganz leicht gebeugt. Aufstellen. Auslockern. Ganz locker. Gehen am Platz. Arme mitnehmen. Jetzt stell dir vor, du gehst draußen zum Walken. Ziehst die Knie auch etwas höher. Und nimmst immer, wenn dein rechtes Knie vorne ist, deinen linken Arm nach vorne. Ganz locker gehen. Und die Knie noch etwas höher. Und die Knie noch etwas höher. Und dann gehst du ein kleines Stück auf die linke Seite, sodass du nach rechts etwas platz hast. Und machst einen Schritt nach rechts. Tap nach links. Tap nach rechts. Tap nach links. Probier es. Rechts. Immer den Fuß daneben antippen. Seitschritte sind wichtig. Wenn wir älter werden, seitlich, die Muskulatur, die trainiert man nicht so oft. Aber im Alltag müssen wir auch unvorhergesehen Seitschritte machen und seitlich ausbalancieren. Und dann zweimal nach rechts. Schau mal. Einmal. Zweimal. Einmal. Zweimal. Genau. Zwei Schritte. Eins. Zwei. Du kannst die Schritte einfach immer weitermachen, so wenn du möchtest. Wenn du noch eine Schwierigkeit willst, dann nimmst du jetzt beide Hände mal hier zur Brust. Mach weiter. Immer die zwei Schritte. Jetzt schau mal. Kreuzen. Brust. Kreuzen. Mach weiter. Ich kreuze einmal links oben. Einmal rechts oben. Links oben. Wenn es nicht geht, dann kannst du auch kurz im Stehen die Arme versuchen. Aber du weißt ja, wenn es nicht funktioniert, ist es gut so. Versuch einmal den einen Arm oben zu kreuzen. Einmal den anderen Arm oben. Atmen. Ich weiß, die zwei Schritte sind schon herausfordernd. Oder? Immer wieder probieren. Wir üben noch ein bisschen. Wir haben ja Zeit. Und wenn du das Gefühl hast, das geht schon ganz gut, mach die zwei Schritte weiter. Dann machst du auf und geschlossen. Auf. Geschlossen. Versuch vorne die Hände zu öffnen. Hinten die Hände zu schließen. Eine Hand und die andere ist oben. Das ist einfacher. Probier es. Dann müssen wir jetzt Beine und Arme so ein bisschen voneinander abkoppeln. Aber du weißt, wenn du nur Beine machst, es reicht schon. Irgendwann dann die Arme dazu oder nur die Arme im Gehen. Noch einmal hin und her. Und locker lassen. Schüttel dich aus. Super. Locker die Arme und Beine aus. Und nimm ein Bein nach hinten. Wir dehnen. Das heißt, du lässt beide Fußspitzen in eine Richtung zeigen. Und schiebst dein Becken nach vorne. Bis du die Dehnung hinten in der Wade spürst. Wirklich nach vorne schieben. Schultern zurück. Kannst dich auch gern abstützen. Kniestrecken versuchen. Dann nimm das hintere Bein ein Stück vor. Fußspitze anziehen. Gerade Rücken. Knie strecken. Auch hier die Schultern wieder zurück. Die Dehnung Rückseite, Oberschenkel. Schau nochmal, ob dein Rücken gerade ist. Dann richte dich auf und komm zur anderen Seite. Fußspitzen in eine Richtung. Ruhig etwas breiter stehen. Schieb deine Hüfte hier vor. Und streck dein hinteres Knie richtig durch. Dann kommst du wieder zurück. Bein Fußspitze anziehen. Kniestrecken tief gehen. Was dich auch noch erwartet, diese Woche ist Faszientraining, Kräftigung natürlich, Ausdauer, Mobilität, Rücken. Also sei auf alle Fälle dabei. Stück tiefer. Komm dann langsam zurück. Richte dich auf. Locker dich aus. Richtig aus, wirklich ausschütteln. Das ist auch gut für die Gelenke. Und bleibst du stehen, lass deine Schultern locker zurück. Vielleicht merkst du jetzt auch schon, dass du dich aufgerichtet hast, dass du gewachsen bist, stabiler stehst. Immer wenn wir unser Gehirn auch mit trainieren, ist das natürlich auch anstrengend. Unser Gehirn braucht richtig viel Sauerstoff. Atme ein, zieh dich lang, atme aus und lass dich ganz entspannt fallen. Nochmal einatmen, lang ziehen. Nochmal ausatmen, lösen. Einatmen. Jetzt streck dich und räkel dich. Das kannst du gleich, ist die Hausaufgabe schon mal für die ganze Woche. Immer wieder zwischendurch dran denken, dich zu räkeln und zu strecken. Bist du, blutet die Muskulatur. Muss ja nicht da oben sein, kann ja auch zur Seite sein. In alle Richtungen vor allem. Beweg dich einfach. Bewegung ist wichtig. Öffne deine Arme. Natürlich wollen wir ganz stolz und aufrecht. Den Tag starten. Oder in den restlichen Tag. Atme ein und mit dem Ausatmen lässt du die Arme ganz langsam wieder nach unten sinken. Einen kurzen Moment dich wahrnehmen. Wie fühlst du dich jetzt? Wie stehst du auf dem Boden? Schau, ob ein Fuß dazwischen ungefähr Platz hat zwischen deinen Füßen. Deine Knie etwas durchlässig sind. Und schau mal, ob du deinen tiefen Bauchmuskel aktiviert hast, indem du den Bauchnabel ganz sanft nach innen gezogen hast. Hab das Gefühl, am Scheitel ist eine Hand, die du in Richtung Decke nach oben schiebst. Hast du Luft unter deinen Achselhöhlen. Fühlst du dich aufrecht gewachsen und stabil. Zieh die Schultern nochmal hoch mit dem Einatmen. Bewusst nach unten. Und jetzt ganz bewusst nach hinten unten. Und da bleiben sie jetzt. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, dir geht es gut und du hast nicht zu sehr nachdenken müssen. Obwohl, so ein bisschen nachdenken ist ja gut. Mich hat das schon auch angestrengt. Also ich muss da schon auch überlegen, wenn wirklich was nicht klappt, ist das ganz okay. Völlig okay sogar. Und dann hast du vielleicht den Ansporn, dass du diese Folge öfters versuchst und du wirst sehen. Wenn du drei, viermal mitgemacht hast, dann läuft das Ganze schon viel, viel einfacher von der Hand. Also ruhig immer mal wieder ausprobieren. Morgen werden wir unsere Ausdauer trainieren. Also wir werden die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Unser Herz-Kreislauf-System stärken. Diese ganze Challenge findest du übrigens auch auf meinem YouTube-Kanal. Da findest du unter den Playlists diese Challenge 7 aktive Tage für jugendgebliebene Senioren. Wenn immer wieder jeden Tag jetzt ein Video online geht, dann ist das natürlich auch wieder online. Und du kannst es jederzeit wieder anschauen. Also nicht nur jetzt, sondern auch in den nächsten Wochen, Jahren immer wieder mitmachen. Gerne auch weiterempfehlen. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, mach das. Es ist kostenfrei. Dann bekommst du auch immer eine Info, wenn ich wieder ein neues Video auf YouTube geladen habe. Wenn du mich abonnierst, die graue Glocke drückst und auf alle klickst. Falls du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, mich zu unterstützen, vielen Dank. Der Link dazu, der ist unter dem Video. Der heißt Steady, deine Unterstützung. Kannst du mich mit zum Beispiel 2,50 Euro im Monat oder 5 Euro unterstützen. Vielen Dank. Ich freue mich natürlich, wenn du ganz einfach so auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und ich hoffe doch, morgen schon. Bis dann.